So, herzlich willkommen zu einer weiteren Webinar-Reihe, zur Webinar-Serie Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-DQ, heute mit dem Thema Einführung in das Präzise Zeichnen. Meine Kollegen Carsten und Max sitzen hier neben mir, die werden die eigentliche Präsentation dann vorführen. Ich selber werde hier sie durch das Programm moderieren. Ganz kurz hier auch mal, wer wir eigentlich sind. Und der Carsten, wir sitzen ja alle in München, der Carsten supportet AutoCAD-Fälle, aber hauptsächlich eigentlich AutoCAD Civil 3D und ist außerdem noch der Knowledge Domain Expert für InfraWorks, also intern die Kontaktperson von allen Support-Spezialisten für InfraWorks. Der Max supportet ebenfalls AutoCAD Civil 3D und außerdem noch AutoCAD. Ach, beim Carsten ohne vergessen, Recap macht er ja eigentlich auch noch. Ja, ich selber bin KD für AutoCAD Plan 3D und PN3D, supporte ebenfalls AutoCAD-Fälle und auch noch nebenbei am Zumain PariCAD-Fälle. Wir sitzen ja alle hier in München, momentan im gleichen Raum. Und bevor wir jetzt beginnen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Sie haben jederzeit die Möglichkeiten, während des Webinars Fragen im Fragen- oder Schattfenster zu stellen. Die Personen von uns, oder die Personen von uns, die gerade nicht sprechen, werden versuchen im Hintergrund, ihre Fragen gleich sofort zu beantworten. Abends werden wir auch mal die Fragen öffentlich stellen, damit es auch jeder gleich da nochmal hört. Ganz am Anschluss, am Ende der Präsentation gibt es noch eine eigene Frage- und Antworteinheit. Da können Sie dann noch zusätzlich irgendwelche Fragen stellen. Die ganze Präsentation wird aufgezeichnet. Wenn das Webinar zu Ende ist, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link. Da haben Sie dann, wenn Sie auf den Link gehen, haben Sie die Möglichkeit, die Präsentation, auch die PowerPoint herunterzuladen. Ja, soviel erstmal dazu. Ich möchte jetzt hier nochmal auf das AutoCAD-Forum ein bisschen aufmerksam machen. Wer es noch nicht kennt, geben Sie einfach ein, autodesk.de slash forum. Da sehen Sie oben schon grün umrandet AutoCAD-Produktfamilie. Also alle auf AutoCAD-basierenden Produkte werden in diesem Forum direkt behandelt. Das ist jetzt in deutschsprachigen Formen, natürlich haben wir noch in englischsprachigen Formen und das ist ja schon seit Jahren etabliert. Das nächste Webinar wird am 24. August stattfinden. An diesem Webinar werde ich mal nicht teilnehmen, weil ich da selber im Urlaub bin. Aber die anderen beiden Kollegen sind da und der Martin Langolf wird dann auch wieder dabei sein. In der mittleren Box sehen Sie wieder zwei Links. Im oberen finden Sie eine Playlist von vergangenen AutoCAD-IQ-Webinaren, die Sie dort direkt runterladen können. Im unteren, der oberen führt zu YouTube und der unteren führt zu einem Boxverzeichnis. Da haben Sie die Möglichkeit, diese Videos, die Aufzeichnung, aber auch die PowerPoint-Präsentation und falls irgendwelche Zeichnungen dabei sind, herunterzuladen. Dann möchte ich noch auf das AutoCAD-Beta-Programm aufmerksam machen. Diesmal drei Links, seit der Session von letztem Mal, wo wir über AutoCAD4Mac gesprochen haben. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, also im Herbst geht es wieder los, dann schicken Sie einfach eine E-Mail mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und sagen, ich möchte gerne teilnehmen. Dann haben Sie dann die Möglichkeit, die neueste Version, in dem Fall dann die 2019 mal bei sich dann zu Hause auszuprobieren und auch Kommentare direkt an die Entwicklung abzugeben. Ich möchte jetzt nochmal grundsätzlich auf das Autodesk-Knowledge-Network aufmerksam machen. knowledge.autodesk.com Hier finden Sie sehr, sehr, sehr viel. Die ersten zwei Punkte sind einfach mal so Lernprogramme und Videos und auch Dokumentationen. Erste Schritte für Anfänger und Lernen und Untersuchungen für schon erfahrene Benutzer. Unter Downloads finden Sie hauptsächlich eigentlich die Service-Specs und Hotfixes, aber auch Objektenabler, wenn Sie zum Beispiel von einem AutoCAD-basierten Produkt, wie zum Beispiel Plan 3D, die Objekte, was da in dem Fall ein Rohr ist zum Beispiel, wirklich als Rohr in purem AutoCAD ansehen wollen, also unter Eigenschaften, wenn Sie das Element auswählen, steht eine Eigenschaft Rohr und nicht 3D-Solid oder Proxy. Dann benötigen Sie solche Objektenabler. Sie können sich hier herunterladen. Auch Language-Packages für unterschiedliche Sprachen stehen hier zur Verfügung. Unter Fehlerbehebung finden Sie dann eine ganze Reihe, tausende von Artikeln inzwischen, die so gegliedert sind. Issue, da wird das Problem beschrieben. Ab und zu wird ein Kurs noch angegeben und dann vor allem noch eine Lösung. Ganz kurz zum Ragnant. Wir haben da jetzt schon über tausend Artikel hier geschrieben, über tausende, muss ich jetzt sagen. Denn jeder Supporter wird, sobald er einen Fall irgendwie geschlossen hat, versuchen, einen Artikel irgendwie anzuhängen. Und wenn es noch keinen gibt, wird er einen neu erzeugen. So entstehen während der Arbeit immer wieder neue Artikel und die alten werden abgedatet. Unten finden Sie noch weitere Links, die eben halt auch auf dieser Outer-West-Knowledge-Network-Seite zur Verfügung stehen, zur Community, zu Foren. Screencasts, wenn Sie selber Screencasts erzeigen wollen, auch nicht bereitstellen wollen. Auch hier finden Sie Zugang zu Ihren Benutzerkonten, Subscriptionen und Software und andere Punkte. So, das ist jetzt die Agenda für heute. Es geht heute um das Präzisionszeichnen. Das sind die Themen. Also wir werden uns mit dem Objektfang beschäftigen, dann Spurverfolgung und wie man Winkel festlegt, auch benutzt der definierte Winkel. Die Verwendung der Objektfangspur, wie man Koordinaten eingibt, absolute relative oder polare Koordinaten. Dann eine Referenz zu den Funktionstasten. Meine bekannteste Funktionstaste dürfte F8 sein, um Otto ein- und auszuschalten. Oder F1, um die Hilfe aufzurufen. Ja, das ist erstmal dazu. Und bevor wir jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Thema beginnen, habe ich jetzt noch ein paar Fragen an Sie. Die erste Frage ist, ist dies Ihr erstes Autodesk-Helb-Webinar? 94% haben bis jetzt gevotet. Gut. Ja, lassen wir es dabei. Ja, also. 80% sagen Nein. Damals war es in der Vergangenheit nicht ganz falsch gemacht, denn sie sind wiedergekommen. Vielen Dank dafür. Und 20% sind neu. Herzlich willkommen. Und hoffentlich kommen Sie dann auch bald wieder. So, die zweite Frage lautet Welche AutoCAD-basierte Anwendung verwenden Sie eigentlich? AutoCAD oder AutoCAD LT? Die Reihe Architektur, MEP, AutoCAD, Electronic, Mechanical. Und das Ganze ist anders. Zu 88%. Na, auch der eine oder der andere? Ne? Okay, 94%. So. Close. Die zwei Drittel der Anwesenden verwenden AutoCAD, dann fast die Hälfte verwendet auch AutoCAD LT. Dann die Reihe mit Architektur. Ja, die anderen beiden sind so zwischen 30 und 40. Und 6% aber, da wäre ich ganz neugierig, was ist es? Inventor oder Maya? Und jetzt die letzte Frage vor der eigentlichen Sache. Mit welcher Version von AutoCAD arbeiten Sie gerade eigentlich? 18, 17, 16? Älter? Weiß ich nicht. Okay. Also. 80% arbeiten mit 2018. Ich sehe schon, anhand der Zahl, man kommt eindeutig auf über 100%. Es werden mehrere Leute mit mehreren Versionen gleichzeitig arbeiten. 13% älter. Da möchte ich Sie schon ein bisschen so muntern, abzudaten auf die neuesten Versionen, wenn es machbar ist. Es lohnt sich. Okay. So viel dazu. Jetzt übergebe ich ja meinen Kollegen Carsten. Und der wird die ersten Teile machen. Also Carsten, dann leg mal los. Ja, danke Bernd. Wenn du mir noch den Bildschirm gibst, dann brauche ich das nicht tun. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du diese Funktionstastenreferenz erwähnt hast. F1 gleich Hilfe. Da wäre doch mal eine tolle Taste. F1 oder F2 gleich kontaktiere den Support. Dann wäre das eine schnelle Abkürzung sozusagen. gut. Machen wir mal dieses Ding hier. Klein. Das ist Recap, was du gerade sagst. Das ist Recap, ja. Ah ja, das wollte ich erwähnen. Wir haben am Schluss ein Überraschungsthema. Und da wollte ich eben von der neuen InfraWorks-Version eine kleine Punktwolkenfunktion zeigen, nämlich das Extrahieren linearer Objekte aus Punktwolken. Aber dazu kommen wir später. Wird ungefähr zehn Minuten dauern. Wir fangen jetzt mit AutoCAD an. Also, ich werde jetzt am Anfang den Objektfang durchsprechen. Die gute Nachricht ist heute, ich weiß nicht, sieht man dieses Fenster hier im Hintergrund, Bernd? ne, wahrscheinlich nicht. Das ist die AutoCAD. Okay, sehr gut. Die gute Nachricht heute ist, wir müssen uns nicht viele AutoCAD-Funktionen melden, sondern wir haben heute nur eine einzige Funktion, die wir anwenden und das ist der Linienbefehl. Wir zeichnen also nur Linien und versuchen dabei aus diesem unteren Gebilde das oben nachzubilden. Hier gibt es natürlich wie immer viele mögliche Wege zum Ziel. Ich kann zum Beispiel eine Linie von hier nach hier unten zeichnen, einfach irgendwie und die dann später an dem Kreuzungspunkt schneiden und das übrige wegwerfen. Aber wir möchten heute dieses Objekt ganz genau so zeichnen, ohne irgendwelche Editierungsmöglichkeiten oder Editierungsfunktionen im Nachhinein. Und das schaffen wir mit unseren Objektfang-Funktionen. Erstmal, wo finden wir den Objektfang, falls wir ihn nicht finden? Er ist hier bei Fangmodus oder 2D-Objektfang. Wir haben auch ein 3D-Objektfang, den wir heute nicht durchsprechen, aber nur so viel ist im Grunde genommen der 2D-Objektfang, wenn ich in der dritten Dimension arbeite, also einer isometrischen Ansicht mit 3D-Objekten. Wir beschränken uns heute auf den 2D-Objektfang, den kann man hier ein- und ausblenden mit dem Haken und sieht ihn dann hier unten in der Leiste. Das ist der 2D-Objektfang. Wenn der wenn das Symbol blau ist, dann ist er aktiv, wenn es wenn das Symbol nur grau ist, ist es nicht aktiv. Ich kann mir hier eine ein Setup zurechtlegen für diesen Objektfang, wo ich definiere, an was ich alles fangen möchte, an einen Endpunkt, an einen Mittelpunkt von einem Objekt oder einer Linie, ein Zentrum. Es ist ratsam, nicht zu viel anzuschalten, weil sie dann eventuell mit diesen Symbolen und einer Zeichnung wie zum Beispiel diesen Bereich überhäuft werden. Das Programm weiß gar nicht mehr, wo es hinsnappen soll und mal blinkt das eine auf, mal blinkt das andere auf. Also da kommt man sehr schnell durcheinander. Es gibt auch die Objektfang-Einstellungen. Dort bekomme ich folgendes Menü. Ich kann hier auch nochmal den Objektfang ein- und ausstellen. Ich sehe, dass ich mit der Funktionstaste 3 den Objektfang schnell ein- und ausstellen kann und ich kann noch die Objektfang-Spur einstellen und ausstellen. Das zeige ich gleich, was die Objektfang-Spur ist. Ansonsten sehe ich eben die Symbole, die mir beim entsprechenden Objektfang angezeigt werden in der Zeichnung, also ein Quadrat, wenn ich auf einen Endpunkt fange oder ein X, wenn ich auf einen Schnittpunkt fange. Das lasse ich mal jetzt dabei auf diesen Einstellungen und jetzt zeige ich Ihnen noch einen kleinen Trick, wie Sie sich ganz bestimmt an dieses Webinar erinnern werden. Wahrscheinlich werden Sie sich genau an das jetzt erinnern und an alles andere nicht, aber so funktioniert das menschliche Gehirn. Ich werde jetzt ein Gesicht einschalten. Wir sehen hier ein schönes Lego-Männchen-Gesicht und das hat mich nur daran erinnert, als ich dieses Objekt gesehen habe. Machen wir es wieder aus. Schauen Sie es nochmal genau hin, dann können Sie sich noch besser erinnern. Ich mache es wieder aus. So, fangen wir an. Als erstes möchte ich eine Linie zeichnen von diesem Tangentenschnittpunkt des Kreises nach unten und eine Linie auf der anderen Seite. Jetzt kommt es ganz darauf an, in welche Richtung ich zeichne, von unten nach oben oder von oben nach unten und hier nehme ich jetzt meine Linie und gebe meinen ersten Punkt an. Ich sehe, wenn ich hier fangen möchte auf die Seite, funktioniert gar nichts. Also, warum nicht? Ich habe meinen Objektfang ausgeschaltet. Ich schalte ihn ein und sehe jetzt, dass ich auf einen Eckpunkt fange. Ich setze meinen ersten Punkt und jetzt wird mir automatisch, wir sehen hier eine grüne Linie, das ist meine Fangspur, auf die wird gefangen und wenn ich jetzt auf den Mittelpunkt, den ich eingestellt habe an meinem Objektfang, in diesem Menü und auf die kreuzende Linie setze, habe ich hier im Grunde genommen meinen Tangentenschnittpunkt an dieser Stelle. Das funktioniert jetzt nur, weil ich von unten nach oben gezeichnet habe. Wenn ich jetzt von oben nach unten zeichne, kann ich hier nicht. Ich kann jetzt, ich sehe zwar jetzt hier meine Vertikale vom Zentrum und meine Horizontale vom Zentrum, aber ich komme hier nicht genau an den Kreis ran. jetzt gibt es das Menü, wenn ich da mit der Shift-Taste und der rechten Maustaste drücke, bekomme ich ein Auswahlmenü und kann dann für den nächsten Klick, den ich mache, meinen eingestellten Objektfang überschreiben. In dem Fall würde ich gerne eine, quasi ein, man könnte meinen, ich möchte hier eine Tangente an den Kreis anlegen und jetzt sehe ich hier mein Symbol für den Tangentenschnittpunkt und möchte nach unten zeichnen. Jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit hier unten einen 90-Grad-Winkel zu zeichnen, aber ich sehe, die Tangente ist irgendwie, die hängt ja am Zielpunkt und dementsprechend ist die am Kreis jetzt noch nicht fixiert. Das heißt, ich gehe noch mal raus, machen wir noch mal mit Shift und rechter Maustaste und in diesem Fall, wenn ich im Kreis anfange, wäre wohl die beste Möglichkeit hier den Quadrant anzuwählen. Dann habe ich genau die vier Ecken, also die 12 Uhr, die 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr Einstellung des Kreises. Ich kann da drauf anfangen und jetzt könnte ich mir hier ein Lot fangen, auch wieder temporär überschreiben. Hier ist der Lotschnittpunkt, ich wähle ihn aus und beende meinen Linienbefehl und schon habe ich diese Linie gezeichnet von oben nach unten diesmal. Als nächstes zeichnen wir die beiden Kreise hier oben, die brauchen wir für die weiteren Linien. Also ein Kreis und hier hatte ich ja schon auf meinen Zentrumspunkt als Fangpunkt eingestellt. Das heißt, ich kann irgendwo auf diesem Kreis oder in diesem Kreis meinen Kursor platzieren. Wenn ich zu nah eingezoomt habe, dann findet er nichts. Der kleine Trick ist, ich gehe hier auf den Kreis und dann findet er den Zentrumspunkt. Dann kann ich auch hier klicken an der Stelle und er wird an diesem Punkt anfangen. Nehmen wir ein Radius von 0,5 und das gleiche hier nochmal ein Kreis ein Radius von 0,7 diesmal. So, der nächste Schritt ist diese Linie. Anschließend zeichnen wir diese Linie und wir werden diese Linie zeichnen und mit Shift und rechter Maustaste wieder den nächsten Fangpunkt überschreiben und diesmal wählen wir tatsächlich die Tangente weil die können wir an den Kreis ansetzen die ist ja noch nicht fest und dadurch dass wir jetzt nochmal die Tangente nehmen können wir hier ich kann auch hier klicken und man sieht wir können direkt von dem Punkt aus an diesem Punkt fangen und die Tangente bilden. Bei der zweiten Linie machen wir das ganz genauso deswegen gehe ich da jetzt schnell drüber einmal die Tangente wählen und Shift und rechte Maustaste wieder die Tangente wählen und schon haben wir hier unser Außenband sage ich mal so jetzt wird es ein bisschen komplizierter wir haben hier als nächstes eine gerade Linie die ist parallel zu diesen beiden Linien die Linie ist drei Einheiten lang und dann haben wir eine Lücke von drei Einheiten und dann nochmal eine Linie von drei Einheiten wenn wir das direkt zeichnen wollen und Fangpunkte verwenden dann geht das so ich zeichne die Linie ich fange auf das Zentrum da soll es ja los gehen so und jetzt habe ich hier zwar meine Möglichkeiten woanders hinzufangen aber ich komme nicht parallel das heißt ich brauche erstmal die Information ich will eine Parallele zeichnen ich habe mein Orto Modus an also meine Parallele hier ist das Zeichen für Parallele so und nichts passiert den hat er nicht angenommen also ich nehme die Parallele nochmal ich wähle die Parallele und gehe dann ohne zu klicken nach unten auf die Flucht sage ich jetzt und sehe dann meine grüne Hilfslinie meine Fangspur auf die ich meinen Cursor platziere ich gebe jetzt nur noch drei Einheiten möchte ich die lang haben drücke Enter und dann habe ich meine Linie die drei Einheiten lang ist ich werde das gleich nochmal wiederholen aber zuvor kommt jetzt der komplizierteste Teil wir zeichnen nämlich etwas was nicht da ist und das ist eine Hilfslinie die wir nicht sehen das ist die Lücke hier von drei Einheiten gebe wieder den ersten Punkt an aber sage jetzt ich möchte eine Hilfslinie zeichnen hier und jetzt wichtig ich sehe hier das kleine grüne Kreuz das heißt von hier geht es los ich ziehe ohne zu klicken das ist ganz wichtig weil sonst funktioniert diese Hilfslinie nicht ohne zu klicken ziehe ich den Cursor weiter ich kann jetzt hier auch drei Einheiten angeben und jetzt habe ich eine Lücke von drei Einheiten oder nach drei Einheiten auf dieser Flucht setzte meinen ersten Punkt an für die Linie und jetzt gehe ich wieder wie gerade eben auf die Parallele gehe auf die Flucht sage wieder drei Einheiten und schon habe ich meine Linie gezeichnet mit einer Lücke von drei Einheiten so die letzte Übung sind die beiden Tangenten hier die sich hier schneiden das haben wir eigentlich schon mal gemacht ich kann jetzt hier an dem Endpunkt anfangen und gehe wieder auf meine Tangente an diesem Kreis Enter oder ich gehe hier mit meiner Tangente vom Kreis entlang zum Endpunkt und schon ist unser Objekt fertig gezeichnet das zweite Thema was ich noch ganz kurz anschneiden möchte ist das Polar Tracking oder die polare Fangspur das ist dieses Objekt hier oder diese Funktion und hier kann ich einstellen dass ich immer in bestimmten Winkeln Zeichen hervoreingestellt habe ich jetzt in diesem Beispiel 30 60 90 120 das entspricht immer diesen Winkeln die ich bei diesem Würfel habe der Würfel selber ist flach und besteht aus einzelnen Linien den schieben wir wieder gerade einzelnen Linien und wenn ich so etwas ganz schnell zeichnen möchte oder nachzeichnen möchte in 2D dann habe ich die Möglichkeit hier einen Punkt zu zeichnen dann den Winkel einzugeben wieder den Punkt zu definieren wieder den Winkel zu definieren und wenn ich das vorher weiß bei solchen geometrisch symmetrischen Objekten dann geht das ganz schnell indem ich hier eine Linie zeichne ich fange mal bei der unteren Ecke des Würfels an und sehe jetzt hier meine Fangspur die schnappt mir 5 Einheiten 5 Einheiten und wieder nach unten 5 Einheiten und schon habe ich die erste Fläche gezeichnet oder die erste Seite des Würfels und wenn ich das Ganze hier auf die andere Seite gehe ungültigen Punkt ersten Punkt angeben habe ich jetzt 5 Einheiten 5 Einheiten und nochmal jetzt nicht jetzt 5 Einheiten und schon habe ich die zweite Fläche also Sie sehen das geht mit diesen Fangoptionen sehr schön und sehr schnell das war es soweit von meiner Seite ich gebe jetzt mal an den Max weiter und wir werden uns gleich nochmal hören wenn ich Ihnen die Funktion zu InfraWorks zeige Max bitte übernehmen Sie und ich hoffe vielen Dank Carsten ich übernehme mal die Presenter Rolle ich hoffe man kann meinen Bildschirm sehen kann man alles klar gut ich mache da weiter wo der Carsten aufgehört hat und zwar mit dem Polar Tracking da gibt es noch ein paar andere Optionen die man da zeigen kann ich gehe mal hier über den Objektfang in die Objektfang Einstellung und dann gibt es hier da gibt es mehrere ziemlich viele verschiedene Registrierkarten heute gehen wir mal auf den Fang und Raster ein hier gibt es nämlich die Option Polare Entfernung einstellen ich setze das mal auf 5 und mache den Fang Modus ein und wenn ich dann auch wieder mit meiner Linie zeichne dann sehe ich hier meine blaue grüne Hilfslinie aber auf diese Hilfslinie kann ich jetzt nur in Schritten von 5 gehen also ich zeichne hier eine Linie 10 5 nach rechts und 15 nach oben ich kann aber auch also wenn ich doch was anderes will kann ich das einfach eingeben und dann bekomme ich die Linie so auch hin jetzt stellen wir warum wollen wir das machen also ich stelle das mal nochmal um auf die 3,5 die ich vorher hatte und damit kann ich dann auch wieder mit meiner Linie 3,5 nach oben 7 nach rechts 3,5 nach oben da kann ich zum Beispiel ganz schnell eine Treppe zeichnen und wie gesagt wenn ich wenn mir ein Schritt nicht gefällt kann ich auch einfach wieder das überschreiben so als nächstes würde ich dann gerne noch eins zeigen hier hier unten in der Leiste kann ich meine polare Spur sehen und hier habe ich auch die Möglichkeit die umzustellen also ich hatte jetzt 30, 60, 90 Winkel den kann ich auch einfach auf 90 Grad umstellen und dann wieder weitermachen und dann ist meine dann habe ich zwischendrin keine Winkel mehr die mir angezeigt werden so als nächstes komme ich zu einem zu einer Einstellung die ich persönlich sehr die mir sehr gut gefallen hat ich habe bei den Optionen also über den Application Button links oben auf die Optionen gehen dann auf die Benutzereinstellung da gibt es die Rechtsklick Anpassung hier kann man einstellen das zeitabhängige Rechtsklicken aktivieren das bedeutet wenn ich kurz auf die rechte Maustaste klicke dann wird die Eingabetaste ausgeführt und wenn ich länger drauf bleibe dann wird es wie das Kontextmenü also wie beim normalen rechten Ausklick das Kontextmenü aufgerufen also wenn ich lang drücke bleibt das Kontextmenü und bei einem kurzen Klick Eingabetaste die führt nochmal die letzte verwendete den letzten verwendeten Befehl aus gehen hier jetzt in dem Moment die Optionen aus aber wenn ich eine Linie zeichne und kann ich die einfach mit rechts beenden und wenn ich dann nochmal rechts drücke und dann noch ein drittes Mal rechts dann springt die Linie wieder an das Ende von der letzten Linie das ist sehr praktisch als nächstes kann man auch ohne Befehle kann man also ohne die Fangoptionen kann man präzise arbeiten einfach über kopieren und einfügen man kann die komplette Treppe die ich jetzt gezeichnet habe einfach mit Steuerung C kopieren und dann mit Steuerung V einfügen und die dann eben wieder anfügen an das Ende der letzten Treppe als nächstes gibt es also Sie sehen hier immer an meinem Cursor wenn ich Eingaben mache ein kleines Fenster an dem Sie sehen wo jetzt zum Beispiel die Koordinaten an denen sich mein Cursor befindet wenn Ihnen das nicht gefällt können Sie das ausschalten mit der Taste F12 dann ist es weg jetzt habe ich wieder die Linie aber Sie sehen die Fenster sind weg die Eingabefenster sind nicht mehr da und man kann das auch unten in diese dynamische Eingabe ein- und ausschalten kann man auch unten über die Leiste einfach draufklicken dann ist es wieder an und es ist wieder da oder eben per Taste F12 sieht man auch dann wie es in der Leiste unten wenn es blau ist dann ist es an mit grau ist es aus ich schalte es mal wieder ein als nächstes machen wir die Eingabe der Koordinaten die ist auch wieder hier in meinen Objektfang Einstellungen und zwar auf der auf der Reiterkarte dynamische Eingabe hier könnte ich das auch nochmal einstellen mit dem mit der Zeigereingabe wenn ich hier auf die Einstellungen gehe kann ich relative Koordinaten und absolute Koordinaten einstellen ich lasse es jetzt mal auf relative Koordinaten und zeige Ihnen was das bewirkt ich zeichne eine Linie und jetzt will ich die nächste Linie will ich beenden indem ich 4 in X Richtung und 5 nach oben gehe dann gebe ich das einfach ein ich tippe einfach 4,5 und dann zeichnet er die Linie dorthin wo ich die haben will andersrum die absoluten Koordinaten die führen dann auf absolute Koordinaten also ich führe wieder mein Linien Kommando aus fange wieder hier an und gebe jetzt wieder 4,5 ein und dann geht die Linie absolut an die Koordinaten 4,5 Zeichnungseinheiten wenn ich jetzt gerade im absoluten Modus bin und ich will einmal relativ verwenden das geht auch das geht einfach wenn ich einen Add eingebe und dann sagen wir mal 1 nach rechts und 5 nach oben dann zeichnet er die Linie wieder relativ zum vorher zum vorher gegangenen Punkt Ja als letztes noch diese ganzen Optionen die ich gezeigt habe jetzt die lassen sich alle durch Funktionstasten oder viele von denen lassen sich durch Funktionstasten ein steuern also ein paar haben Sie ja schon kennengelernt das F1 für die Hilfe eine Übersicht die finden Sie ganz einfach im Internet Autodesk Auto Auto Cut Keyboard Shortcuts und hier gibt es eine Übersicht über alle Shortcuts und eben auch hier über die Funktionstasten ich gehe es nochmal kurz durch F1 haben wir schon angesprochen die Hilfe mit F2 kann ich die Kommandozeile hier unten ausfahren oder wieder zurück F3 ist die kompletten den kompletten Objektfang ein- und ausschalten also wenn ich gar kein Objektfang haben will kann ich das mit F3 machen F4 ist die 3D der 3D Objektfang das der Kasten vorher kurz schon angesprochen hat mit F5 kann ich ISO Ebenen einschalten das kann man benutzen um zum Beispiel so Objekte zu zeichnen auch wie es vorher der Kasten gezeigt hat diesen 3D Block Würfel dann das also kurz noch eine Anmerkung bei dem F4 bei AutoCAD LT hat es eine andere Funktion da wird der Tablet Modus eingeschaltet weil AutoCAD LT keine 3D Funktion hat wird da der Tablet Modus eingeschaltet also wenn sie zum Beispiel das AutoCAD LT auf einem Tablet verwenden dann das F6 schaltet damit kann man die das Koordinatensystem die Variable setzen um Koordinatensystem zu finden detektieren in AutoCAD LT gibt es diese Option gar nicht die ist also die F6 ist da frei mit F7 können sie das Raster ein und ausschalten wie sie hier sehen F8 schaltet den Otto Modus ein den wir auch schon kurz gesehen haben ich zeige es nochmal schnell ich zeichne eine Linie mit und wenn ich den Otto Modus einmache dann kann ich nur in 90 Grad Schritten zeichnen F9 schaltet den Fang Modus für das Raster ein ich kann das so einstellen dass ich dann nur auf Rasterpunkten gefangen wird F10 ist das die polare Fangspur die sie vorher beim Kasten auch schon gesehen haben und F11 ist das polare und ich mach's mal an das F11 schaltet meine grünen Hilfslinien an wenn ich zeichne da sind sie genau und F12 habe ich ja vorher schon gezeigt ist der dynamische Pointer gut von meiner Seite wäre ich jetzt wieder fertig ich würde dann wieder zurück an Carsten geben danke Max kommen wir nun zum Thema Punktwolke und neue Funktionen ich habe mal Recap aufgemacht und wir sehen hier eine Punktwolke eines Kunden die er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat es handelt sich hier um eine Drohnenbefliegung soviel ich weiß die schon vor zwei Jahren mal stattgefunden hat eines Straßenzuges ich nehme jetzt für diese Demo bewusst eine Kundendatei und keine Demodatei weil mit den Demodateien funktioniert es ja immer wunderbar und jetzt würde ich einfach mal demonstrieren was man denn tolles machen kann die Aufgabe ist im Grunde genommen hier dieses Straßen nehmen wir an das ist oder fangen wir so an es ist nehmen wir an das ist ein existierender Straßenzug und es sollen hier sollen hier Baumaßnahmen getroffen werden und man soll jetzt erstmal in Civil 3D braucht man die Ausgangssituation dieser Straße wir können aus den Punktwolkedaten schon immer oder schon seit einigen Versionen von Infraworks Oberflächen generieren aber wir können leider keine linearen Elemente ableiten wie zum Beispiel die Mittellinie der Straße oder hier den Randstein die Höhe des Randsteins oben und unten und das ist jetzt möglich mit den neuen Funktionen Infraworks bisher hat man sich damit geholfen man hat die Punktwolke in AutoCAD geladen und dann reingezoomt und versucht hier irgendwie auf einzelne Punkte zu fangen und dementsprechend hier eine Linie nachzubilden was natürlich sehr mühsam ist und die Punktwolken Fangoptionen sind auch nicht immer die robustesten oder die schönsten so mache ich das Recap mal zu also ich habe hier eine Lastdatei eine Laserscanning Datei in Recap brauchen wir nicht speichern als nächstes habe ich diese Laserscanning Datei in mein Infraworks geladen nur zum anschauen was ich vorher getan habe in Infraworks habe ich mir von dieser Gegend einen mit dem Model Builder eine Datei erstellt um die mal einzuordnen diese diese Scandatei schalten wir mal aus den Master um irgendwie brauchen wir hier noch ist da was ausgeschaltet nein im Model Explorer ist alles ausgeschaltet ist klar dass wir nichts sehen also wir machen mal alles an das ist die Datei wie sie aus dem Model Builder herauskommt mit Standard Häusern von Open Street Map und dem digitalen Geländemodell was auf den SRTM Daten beruht so jetzt habe ich den Scan eingefügt und wir sehen jetzt schon die Scan Wolke liegt lagemäßig sehr gut was nicht so gut ist das sehen wir hier das SRTM Modell scheint sehr ungenau zu sein hier liegt es über dem SRTM Daten also die Scan Wolke über den SRTM Daten und an dieser Stelle taucht es in das Modell ein und liegt drunter ich gehe da mal ganz kurz drunter hier sieht man es da ein Versatz drin ist liegt natürlich an den Ungenauigkeiten der SRTM Daten das heißt in dem Fall machen wir die Objekt Daten aus so dass ich deswegen waren die ausgeschaltet so dass ich nur noch meine Punkt Wolke sehe und bereiten uns jetzt vor also die Surface Layer aus so jetzt haben wir hier die Punkt Wolke und was wir zuerst machen müssen ist im Grunde genommen ein Punkt Wolken Terrain oder eine Oberfläche zu generieren das habe ich schon getan jetzt nicht so machen wir das mal damit ich mehr sehe so und hier haben wir das Gelände der alten Kieler Straße ist eingeschaltet ich mache das jetzt mal ein und mache die entferne sozusagen das Modell was vorher da war so jetzt habe ich hier die Punkt die die das DGM aus den SRTM Daten der nächste Schritt in dem Fall ist die Extraktion jetzt mache ich das wieder aus die Extraktion der linearen Elemente anschalten muss ich schon und kann dann entscheiden möchte ich eine automatische oder eine manuelle Extraktion machen ich entscheide mich jetzt für die schnelldemo für die automatische Extraktion anschließend wähle ich einen Stil und kann hier dann entscheiden es ist alles auf Englisch meine Oberfläche habe ich auf Englisch gestellt geht natürlich auch auf Deutsch also das ist die die untere Randsteinkante und dann habe ich noch die obere Randsteinkante ich kann aber auch die Farbe sozusagen die ich hier habe die Straßen Bemalung wählen ich sage in dem Fall OK und wähle hier meine Straßen Bemalung aber vorher muss ich sagen mich stören extrem diese Infraworks Straßen die möchte ich jetzt mal ausschalten oder die lösche ich gleich mal aus diesem Ding raus die brauche ich hier nicht also wo ist meine Gebäude brauche ich die Straßen weg damit gut und schon sehe ich viel besser die Punktwolke und mein Geländemodell also ups so fangen wir hier unten an und los geht's ich wähle jetzt einfach beispielhaft die objekte die ich extrahieren möchte über einen bestimmten Bereich sage enter und jetzt wird hier automatisch diese lineare oder diese lineare dieses lineare element generiert der Straßen Mittelkante das dauert ein paar Sekunden aber sollten es jetzt schon sehen warum sehen wir es nicht wir haben hier die linearen features ausgeschaltet jetzt sehen wir die linearen features und ich kann sehen was ich auch gerade gesehen habe den point cloud overlay so jetzt sehen wir das ganze noch ein bisschen besser so unser anfangspunkt war hier und er hat in der Richtung in der wir digitalisiert haben diese mittellinie erstellt und wir können wenn ich rauszoome sehen das geht über das ganze restliche modell was können wir jetzt noch machen um diesen straße nachzubilden wenn ich hier mit rechter mausklasse gehe kann ich mir die profile generieren ich nehme ich nehme jetzt mal 10 meter zwischen den profilen und auf der profilinie sage ich jetzt mal 30 cm dazwischen linienlänge nehme ich mal 25 meter und sehe jetzt gleich meine profilinien die generiert werden als nächstes könnte ich könnte ich jetzt aus diesem bild heraus mir zum beispiel neue lineare features extrahieren zum beispiel top of curve also die untere und obere randsteinkante ich kann das aber auch über den profil her über das profil machen wenn ich das aufrufe sehe ich hier an welcher stelle ich mich befinde im profil und kann nun sehen wie mein profil an der stelle aussieht mach das mal größer so und sollte eigentlich größer gehen überhöhe das mal auf 4 und was ich jetzt sehe ist im grunde genommen hier meine mittellinie von meinem von meiner streifen ich kann den punkt auch noch korrigieren wenn er mich wenn ich finde er stört oder ist nicht hier an der richtigen stelle und ich sage hier unten kann ich jederzeit im profil mir sagen ich möchte die untere randsteinkante auf der stelle und die obere randsteinkante halt auf dem das hier ist die stelle und jetzt gehe ich auf der nächste auf die nächste station und da sehe ich das hat sich der randstein wohl ein bisschen geändert schiebe ich den hier hin und meine mitte schiebe ich hier hin da habe ich die zweite ich habe aus versehen zwei mittellinien gemacht gut und so kann ich das profil entlang vorgehen und ich sehe hier schiebe das noch mal zur seite interaktiv dass die linien gezeichnet werden oder dargestellt werden in dem fall ich komme jetzt hier in den schattenbereich von dieser abschattung von dem von dem gebäude da sind irgendwie die scan punkte nicht vernünftig das heißt ich gehe da drüber mal drüber hinaus ich kann hier auch einstellungen vornehmen wie lang wie weit dieses intervall da sein soll zehn meter ist nach wie vor das reicht im grunde genommen kann ich erst ab dieser stelle dann mein zweites definiertes profil wieder sehen mit meinem randstein die punkte davor müsste ich dann im grunde genommen löschen gut was fange ich mit diesen profilen an ich zum da noch mal rein dass man das sieht unten und oben vom randstein ich kann diese linien extra extrahieren als shape datei und auch die trans diese profile als csv oder shape und ich kann auch die boden punkte extrahieren extrahiert schauen die dann so aus ich habe hier sehr viel 3d und kann hier habe ich meine punktwolke die schalte ich mal aus punktwolken manager so anschließend könnte man über den befehl map import die shape daten als bruchkanten und auch umgebung importieren das mache ich jetzt aus zeitgründen nicht ich zeige ihnen da ein video oder beziehungsweise standbilder aus einem video also hier wurden jetzt zum beispiel die linearen shape daten importiert und ein dgm daraus erstellt und schon hat man im grunde genommen aus dem linearen gegebenheiten der straße ein dgm erstellt was man für seine weiteren planungen verwenden kann das war's von heute für dieses thema wenn sie mehr wissen wollen über dieses thema dann empfehle ich ihnen auf folgende webseite zu navigieren das ist die community von infraworks dort finden sie entsprechende videos im grunde alle videos die aufgenommen werden von autodesk seite für infraworks und hier finden sie auch die den webcast zum feature extraction from reality capture data in infraworks der ramesch gibt hier ein super überblick über die neuen funktionen und was man damit alles tun kann das war es jetzt von meiner seite endgültig ich hoffe es hat ihnen einigermaßen spaß gemacht und ich übergebe jetzt wieder an den bernd für den abspann dankeschön also entschuldigung also wieder ruhig noch mal ganz kurz dass sie hier bitte die feedback geben können über was gut lief was schlecht lief oder wenn sie neue ideen haben sollen hier haben sie die links dazu und jetzt geht es einfach nur darum ob sie etwas gelernt haben 85 prozent haben jetzt gebotet und so und das ist das ergebnis immer ein dreiviertel der teilnehmer haben was gelernt heute das freut uns für die anderen war es vielleicht auch einfach eine gute erinnerung damit man es auch nicht so schnell vergisst ja vielen dank dafür und wenn sie jetzt noch irgendwelche fragen haben das war jetzt genau der richtige zeitpunkt dafür dann stellen sie am besten jetzt die frage so da haben wir keine weiteren fragen ja dann danke ich für ihre teilnahme würde mich freuen wenn sie das nächste mal dabei sind mit der august und wenn es ihnen gefallen hat dann können sie uns auch gerne weiterempfehlen an irgendwelchen kollegen freunden die mit der tomatric zu tun haben freuen uns über jeden neuen teilnehmer besonders für alte teilnehmer natürlich auch sehr sehr gerne ja einen schönen nachmittag wünsche ich noch bis dahin dann tschüss